Seit jetzt gut 24 Stunden sind die Wahllokale in der Türkei geschlossen. Das endgültige Wahlergebnis liegt aber erst seit wenigen Stunden vor. Die Opposition sprach von Verschleppung der Auszählung. Erdogan selber nannte diesen Vorwurf einen Raub des nationalen Willens. Es gibt also Streit um das Wahlergebnis. Eins ist jetzt aber sicher, es wird eine Stichwahl geben, denn keiner der Kandidaten hat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit gewonnen. Das Land ist gespalten und wer auch immer am Ende gewinnt, wird es schwer haben, einen kraftvollen Aufbruch zu gestalten. Doch genau der wäre mit Blick auf die wirtschaftliche Situation der Türkei bitter nötig. Nach der Wahl, welchen Weg geht die Türkei, das ist mein Thema heute bei Unter den Linden. Herzlich willkommen dazu. Und das sind meine Gäste. Sevin Dadelen, Bundestagsabgeordnete der Linken und Sprecherin ihrer Fraktion für internationale Beziehungen. Und Linda Teuteberg, Bundestagsabgeordnete der FDP in Bayern hier im Studio. Ein herzliches Willkommen. Danke. Frau Dadelen, wie würden Sie die Wahlen am Sonntag beschreiben? Waren das nach Ihren Informationen faire und freie Wahlen? Also Wahlen, die demokratischen Standards genügt haben? Zum größten Teil waren sie frei. Es gibt noch nicht den Bericht der internationalen Wahlbeobachtung. Das muss man auch abwarten. Aber so, wie ich das mitbekommen habe, waren sie frei zugänglich. Auch wenn es im Vorfeld Kritik gegeben hat und die Skepsis gegeben hat, dass gerade diejenigen Menschen, die aus den Erdbebengebieten kommen, keinen freien Zugang bekommen werden, um ihre Stimme abzugeben. Fair war die Wahl allerdings nicht. Man muss sagen, dass schon der Wahlkampf nicht fair verlaufen ist. Besonders in den kurdischen Gebieten gibt es eine große Repression. Und der Oppositionskandidat Kılıçdaroğlu konnte kaum in den Medien punkten. Also in den staatlichen Medien haben, nur um eine Zahl zu nennen, hat der Präsident Erdogan über 48 Stunden Werbung für sich machen können, kam in den staatlichen Medien TTT vor. Und der Herausforderer Kılıçdaroğlu hat nur, ich glaube, 43 oder 45 Minuten Zeit bekommen. Selbst der Koalitionspartner vom türkischen Staatspräsidenten Erdogan, der Rechtsextreme, der Faschist von der MHP, hatte über 20 Stunden Wahlkampfzeit in der TTT. Das heißt, wir haben ein sehr ungleiches Verhältnis. Die Medien sind absolut unter der Kontrolle des Staates und des Präsidenten. Insofern kann man nicht von einem fairen Wahlkampf und damit auch nicht mit einem fairen Wahlausgang sprechen. Sie unterscheiden also sozusagen zwischen der freien Wahl als solche. Da gab es keine Repressionen, aber eben, dass es nicht fair gewesen ist, was den Wahlkampf als solchen angeht. Frau Teuteberg, es gab und gibt Manipulationsvorwürfe nichtsdestotrotz. Trauen Sie denn dem bisher bekannten Ergebnis? Wir haben ja jetzt seit einigen Stunden ein amtliches Endergebnis. Da sind es tatsächlich knapp unter 50 Prozent für Erdogan. Also ich halte es da insofern wie Frau Dardelen, man muss das auch abwarten, gründlich, wie das Ergebnis auch weiter ausfällt und auch wie mit Unregelmäßigkeitsvorwürfen umgegangen sind. Kollegen von mir sind ja gerade in der Türkei. Michael Link leitet die OSZE-Wahlbeobachtermission. Und sicherlich da, wo es Beschwerden gibt, wo Unregelmäßigkeiten benannt werden, da müssen die auch untersucht werden. Aber ich würde eben auch sehr genau unterscheiden zwischen dem Wahlvorgang an sich, bei dem es schon auch nach den meisten Beobachterstimmen bisher so aussieht, dass es doch im Wesentlichen mit rechten Dingen zugegangen ist, von einzelnen Vorfällen möglicherweise abgesehen. Die sind zu untersuchen. Aber das ändert nichts daran, dass es keinen fairen Wahlkampf in dem Sinne gab, dass verschiedene Meinungen zu Wort kommen, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, auch sicher aufzutreten bei ihren Wahlkampfkundgebungen. All das gehört ja schon dazu, ein fairer Wahlkampf, in dem verschiedene Meinungen auch Platz bekommen in den Medien, wie auch bei den Veranstaltungen, dass auch die Sicherheit gewährleistet wird, der Kandidaten, die da auftreten und vieles mehr. Und da gibt es große Probleme, die ja die Situation im Land überhaupt kennzeichnen, dass es für viele Menschen sehr gefährlich ist, ihre Meinung zu sagen oder als Journalisten zu arbeiten. Und das hat sich auch bei dieser Wahl, bei diesem Wahlkampf ausgewirkt. Sie haben es gesagt, Kollegen von Ihnen waren in der Türkei und haben sich das angeguckt. Worauf achten die da eigentlich genau? Können Sie uns da ein bisschen mit an die Hand nehmen? Also ich war jetzt bei so einer Wahlbeobachtermission noch nicht selbst dabei. Die bekommen ja so ein Briefing. Und mein Kollege Michael Link ist da sehr erfahren. Der war schon oft auf OSZE, Wahlbeobachtermissionen. Aber da gibt es sicherlich Erfahrungswerte und auf was für sowohl Vorschriften als auch vielleicht Vorkommnisse muss man da achten. Und da sieht es aber doch bisher so aus, dass der reine Wahlvorgang an sich jedenfalls nicht mit Gewalt oder so systematisch gestört wird. Aber es ändert an dieser Gesamtsituation nichts. Wie waren eigentlich die Möglichkeiten für Herausforderer dann einen fairen Wahlkampf, einen Wettbewerb zu führen? Und trotzdem, finde ich, sollten wir das auch so differenziert sehen, wie es ist. Auch wenn sich viele irgendwie erhofft haben, dass da ein anderes Ergebnis herauskommt. Zugleich ist das Ergebnis, dass ein Autokrat nicht mal so eben durchmarschiert und durchaus jetzt bangen muss, ob er wieder eine Mehrheit bekommt. Auch das ist durchaus ein Zeichen, auch wenn es nicht so ist, wie sich es viele erhofft haben. Und ich glaube, in der Differenziertheit muss man das auch analysieren. Da sind wir schon bei der Interpretation des konkreten Wahlergebnisses. Das werden wir uns gleich auch genauer anschauen, Frau Dallin. Nochmal die Frage an Sie. Also wir wissen jetzt, es gibt eine Stichwahl, das ist klar. Es gibt aber eben auch diese Vorwürfe der Manipulation, zumindest die Vorwürfe, dass es kein fairer Wahlkampf gewesen ist, was Sie gerade ja auch ausgeführt haben. Was bedeutet das jetzt für den Wahlkampf in den nächsten zwei Wochen, konkret in der Türkei? Nun, zunächst einmal muss man sagen, dass es sicherlich so ist, dass der Staatspräsident Erdogan einen Dämpfer bekommen hat, weil er jetzt zum ersten Mal in eine Stichwahl muss. Aber ich warne vor diesen Stimmen, die meinen jetzt, Erdogan sei der Verlierer. Das gibt es auch wieder, das sind diejenigen, die vom Wunschdenken getrieben worden sind in den letzten Monaten und mit Sicherheit davon ausgingen, dass Erdogan verliert. Also tatsächlich die Wahl verliert. Das ist eine völlig irrige Annahme, meiner Meinung nach, hat mit der Realität auch nichts mehr zu tun, sondern ist nur eine von der Illusion genährte Wunschvorstellung. Fakt ist, dass er einen zwei Millionen Stimmen Vorsprung hat. Fakt ist, dass er eine sehr gute Ausgangslage hat. Sehr vorteilhaft sind die Voraussetzungen für seine Wiederwahl bei der Stichwahl, weil die Gewinner stehen eigentlich schon fest bei dieser Wahl. Also nicht erst am 28. wenn die Stichwahl stattfindet, sondern die Gewinner sind die Rechtsextremen und die Islamisten in der Türkei. Die haben nämlich total zugelegt. Entgegen der ganzen Umfragen hat die nationalistisch Bezeichnete, meiner Meinung nach ist das eine Schönrednerei, das ist eine faschistische Partei, die MHP, der Koalitionspartner von Erdogan, mit der AKP zusammen haben sie die absolute Mehrheit im Parlament. Sie haben doppelt so viel bekommen, als eigentlich gedacht wurde und man erwartet hat. Sie haben stärker abgeschnitten. Dann hat eine eigentlich noch weiter rechts stehende islamistische Partei, die Yenirefak-Parti, die hat ungefähr 1,5 Millionen Stimmen aus dem Sprung geschafft ins Parlament rein. Das heißt noch eine rechte islamistische Partei, das ist die Moslembruderpartei des Sohnes von Erbakan, der die türkische Moslembruderschaft gegründet hat, ist ja auch ein Idol von Präsident Erdogan. Dann gibt es die Ehe-Parti, die war in dem Bündnis, in dem Oppositionsbündnis von Kulcdarole, ist aber eine rechte Partei. Das ist eine nationalistische Partei, das ist eine Abspaltung von der MHP. Und dann gibt es noch bei der Oppositionsbündnis die Sadet-Parti, das ist auch eine islamistische Partei, die hat auch stark zugelegt in dem Oppositionsbündnis. Das heißt, wir haben eine Entwicklung, wo die Rechtsextremen gepaart mit dem politischen Islam eigentlich über die künftige Politik und die Ausrichtung der Politik in der Türkei bestimmen. Vor allen Dingen, weil der dritte Herausforderer, Sinan Ohan, als Präsidentschaftskandidat über 5% bekommen hat. Und an wen seine Unterstützer die Stimme abgeben werden, das ist noch nicht entschieden, weil er sich noch nicht entschieden hat, welche Seite. Aber es ist davon auszugehen, dass es sehr schwierig sein wird, Kulcdarole zu unterstützen, weil er zur Unterstützung die Voraussetzung gemacht hat von Kulcdarole, sich abzugrenzen und die prokurdische HDP ins Politische auszuschießen. Wenn er das machen würde, um die 5% von Sinan Ohan, wenn überhaupt, zu bekommen, dann würden wiederum ganz viele Millionen weggehen aus dem linken Lager, aus dem kurdischen Lager. Das heißt, er ist vor einem unauflösbaren Dilemma. Und ich rechne eher damit, dass dieser wirklich sehr rechtsradikale Präsidentschaftskandidat Ohan eigentlich eher die Unterstützung mit Erdogan abkanzeln wird. Was man vielleicht dazu erklären muss, wir haben in Deutschland immer sehr stark auf den Präsidentschaftswahlkampf geguckt und auf die Präsidentschaftswahl. Und man hat so ein bisschen aus dem Blick verloren, dass auch das Parlament in der Türkei gewählt wurde. Das haben Sie, glaube ich, gerade sehr gut nachvollziehbar dargelegt, dass es da auch eine Verschiebung gab. Frau Teuteberg, jetzt ist es aber trotzdem so, dass die Türkei eine demokratische Tradition hat. Das ist nicht für viele Länder in der Region der Fall. Wie sehen Sie das? Darf man darauf hoffen, dass Erdogan für den Fall trotz allem einer knappen Wahlniederlage so das wichtigste demokratische Prinzip einhalten würde und dann die Macht übergeben würde? Wie schätzen Sie ihn ein? Also manche Äußerungen davor, die sprechen ja eine andere Sprache, seines Innenministers auch, dass man da an den Putsch erinnert oder davon spricht, dass man irgendwie unter Einsatz seines Körpers, seines Lebens die Macht verteidigt. Aber andererseits hat man, finde ich, schon auch den Eindruck, dass er eben doch daran liegt, dass es so danach aussieht, dass man demokratische Spielregeln achtet. Auch wenn er ja insgesamt allerdings ja den Staat ganz danach umgebaut hat, selbst die Macht zu konzentrieren, das Parlament weitgehend zu entmachten, die Justiz nicht mehr unabhängig die Rechte der Bürger wahren lassen zu können. Also ich habe schon den Eindruck, dass er den Eindruck schon haben will, dass das da mit rechten Dingen zugeht. Aber es ist ja keine parlamentarische Demokratie mehr. Und das ist ja das zentrale Versprechen auch mit des Herausforderers, dass man wieder die Institutionen stärkt, dass wieder der Regierungschef durch das Parlament gewählt werden soll, dass man wieder zur Verfassung zurückkehrt, diesmal vor dem Umbau durch Erdogan gab. Und ich glaube, auch da gilt so ein bisschen, so wie Frau Dadeln eben zu Recht darauf hingewiesen hat, dass manche Beobachter bei uns offenbar das zu optimistisch gesehen haben, es sollte immer nicht der Wunschvater des Gedankens sein. Und ich glaube, so gilt es auch ein bisschen für die Frage, was würde uns erwarten, wenn jetzt der Herausforderer gewinnt. Auch wenn es dort einen Wechsel gibt, steht eine mögliche neue Regierung vor ganz großen Herausforderungen. Und dann sollten wir sie auch nicht mit unseren Erwartungen und unseren Interessen überfrachten. Also die Probleme der Türkei sind so groß, einerseits mit der Inflation, den wirtschaftlichen Nöten und auch dieser Spaltung im Land, dass allein diese Wiederherstellung sozusagen der parlamentarischen Demokratie und von mehr Rechtsstaatlichkeit schon eine große Herausforderung wäre. Und viele andere Dinge, was wir uns so sicherheits- und migrationspolitisch uns interessiert, würde auch nicht unbedingt leichter werden. Was wir berechtigterweise oder unberechtigterweise erwarten dürfen, das wollen wir besprechen. Frau Dallelin, Frau Teuterberg hat es angesprochen. Es gibt vieles, was man an Erdogans Regierungsstil kritisieren kann. Die Menschenrechtsverletzungen, Willkür, die Einschränkung der Pressefreiheit und das Präsidialsystem als solches. Das alles galt seinem persönlichen Machterhalt. Wie schätzen Sie das ein? Wird Erdogan oder auch die AKP als Partei diese Instrumente einfach so aufgeben? Oder wird man sich bis zum Schluss daran klammern? Wie weit ist es sozusagen mit dem demokratischen Verständnis bei Erdogan und der Partei? Naja, das ist ja reine Spekulation, wenn man jetzt darüber debattiert, was könnte in zwei, drei Wochen passieren. Ich möchte eigentlich eher weniger spekulieren, sondern mich an den Fakten orientieren. Und die Fakten sind eher, dass die Voraussetzungen für seine Wiederwahl, wie gesagt, vorteilhaft sind. Besser als die von Kluschadolo im Moment. Und ich davon ausgehen muss, dass er seine Wiederwahl erreichen wird. Und die Frage ist aber, was kommt dann? Wie wird das Oppositionsbündnis weiter bestehen? Was ja Große, meiner Meinung nach, auch viele strategische Fehler gemacht hat, auch im Wahlkampf. Sie haben jetzt diese, also vom liberalen Ansatz her, von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, den Abbau erwähnt. Aber man muss ja auch eins zur Kenntnis nehmen, Erdogan hat ja auch Wohlstand gebracht. Und deshalb wird er auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern gewählt und unterstützt. Und gerade auch im Wahlkampf selber, vor den Wahlen, hat er den Mindestlohn angehoben, die Beamtenzuschüsse angehoben, das Rentenalter gesenkt. Und über 700.000 Beamten profitieren von diesen Reformen, die er da getan hat. Und ich finde, gerade da zum Beispiel hätte es die Stärke des Oppositionsbündnisses sein können, die soziale Frage in den Mittelpunkt zu stellen. Der Kandidat selber hat es hier und da versucht, Jamal Kirstarola. Aber das Oppositionsbündnis, und das ist ja auch eine Schwäche gewesen, es ist so heterogen. Diese Heterogenität war auch teilweise eine Schwäche. Hat auch Stimmen gekostet. Weil in diesem Oppositionsbündnis dann wiederum sehr stark neoliberale, rechte Parteien auch waren. Beispielsweise der designierte Finanzminister hat gesagt, dass bei einem Machtwechsel er die ganzen Sozialprogramme, und man muss wissen, Millionen von Menschen, ich glaube, die 20 Millionen in der Türkei kriegen Zuschüsse, würden alle auf den Prüfstand gestellt werden. Er würde eine viel härtere Wirtschaftspolitik machen und nicht mal diesen Unsinn, also Zitat aus einem Interview mit der NZZ, diesen Unsinn unterstützen, das ist nicht populär bei den vielen Menschen, die mit hoher Inflation zu leben haben, zu kämpfen haben und auch mit steigenden Lebensmittelkosten. Das, glaube ich, war ein Fehler, was eben auch dieser Heterogenität vielleicht dieses Bündnisses geschuldet ist. Und das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Also er wird auch unterstützt. Er wird aber auch unterstützt, weil er einfach eine Struktur hat, die mobilisieren kann. Auch in Deutschland. Es kommt nicht von ungefähr, dass er in Deutschland 64 Prozent bekommen hat und der Herausforderer Klusstarolo 32 Prozent. Warum? Weil es hier ein großes Netzwerk für Erdogan gibt, nämlich aus den Moscheevereinen, die der staatlichen Religionsbehörde unterliegen und damit seiner Kontrolle. Er hat die Hand drauf als Präsident. Das sind über 900 Moscheevereine. Dann kommen die ganzen faschistischen Strukturen der Grauen Wölfe hinzu. Das ist die Jugendorganisation quasi der MHP, seines Koalitionspartners. Und dann kommen noch diese ganzen Idealistenvereine wie Bili Götzsch und so weiter. Und die mobilisieren alle in Deutschland, aber auch im Ausland. Und Sie können sich vorstellen, in der Türkei haben sie auch diese Strukturen. Und die mobilisieren ganz stark. Und diese Netzwerke arbeiten nicht nur von Wahl zu Wahl, sondern auch zwischen den Wahlen. Und dadurch kriegt er auch natürlich Stimmen. Frau Dadelein hat da einfach auch eine sehr starke Sichtweise oder eine sehr intime Sichtweise auf das, was da in der Türkei passiert. Wir von außen haben ja ganz häufig so diese Türkei als eine Richtungswahl für oder gegen Demokratie stilisiert. Muss man jetzt feststellen, dass sich die Hälfte der Türkininnen und Türken für antidemokratische Tendenzen entschieden haben? Oder ist es das, was Frau Dadelein auch ausgeführt hat, dass sie sich für einen Kandidaten entschieden haben, der auch einiges für sie gemacht hat? Ich glaube, beides kommt da zum Tragen. Es ist einerseits sicherlich so, dass Erdogan hat ja nun mal, das ist ja auch das Besondere jetzt an dem Wahlergebnis, selbst wenn es immer noch für ihn relativ gut ausgefallen ist, trotzdem eben nicht mehr so komfortabel wie in früheren Wahlen. Er hat sehr viele Wahlen schon gewonnen. Er ist erfahren im Mobilisieren und darin, die Wähler an sich zu binden, auch unabhängig von Krisen, von wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Einerseits, tatsächlich ist es aber so, dass er in der Anfangszeit ja durchaus auch reale Erfolge hatte, was die Wirtschaftsentwicklung, was Infrastruktur, Gesundheitssystem angeht. Ich denke, was man jetzt beobachten kann, und das kann man nicht nur in der Türkei, sondern auf andere Art auch in Russland und anderswo beobachten, ist, dass dann wiederum manchmal auch die Außenpolitik genutzt wird, um abzulenken von diesen Misserfolgen inzwischen, von der Instabilität im eigenen Land, davon, dass man nicht wirklich soziale Stabilität, Wohlstand den Menschen bieten kann, sondern große wirtschaftliche Schwierigkeiten hat. Und auch viele der Zuschüsse, also auch, dass Erdogan die Wahl vorgezogen hat, womit er sich ja auch einen Vorteil verschafft hat. Deshalb denke ich auch, er ist gar nicht angewiesen auf so direkte, nachweisbare Verstöße, sondern er hat die Situation zu seinem Vorteil einfach gestaltet, massiv. Da muss man aber auch ja sagen, dass diese Niedrigzinspolitik, die er verfolgt, und auch die sozialen Wohltaten, die da jetzt verteilt werden, dass das alles auf Pump ist. Und natürlich die Inflation, die galoppierenden Preise, unter denen die Menschen leiden, auch Folge dieser Politik auf Pump sind. Insofern kann das ja auch keine Lösung sein, auch nicht für andere politische Kräfte. Ich glaube, zu betonen, diesen Wert der demokratischen Institutionen und auch Bürgerinnen und Bürger vor Willkür des Staates zu schützen, das ist schon richtig. Was wir, finde ich, daraus lernen können für den Systemwettbewerb auch zwischen Demokratien und Autokratien und Diktaturen ist, dass sozusagen das Funktionieren für die Menschen im Alltag eben auch wichtig ist. Neben dem ganz klaren Einhalten von Regeln, von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, die unheimlich wichtig sind. Aber auch die Frage, wie erreichen wir Wohlstand? Wie zeigen wir, dass der Rechtsstaat funktioniert? Auch übrigens, dass wir Infrastruktur hinbekommen. Wenn Erdogan in seinen Wahlkampfauftritten so Videos hat einspielen lassen von Brücken, von Krankenhäusern, von großen Infrastrukturprojekten oder von der Armee, dann ist das natürlich auch die Symbolik, sich zu zeigen als jemand, der Großprojekte hinbekommt, der modernisiert. Ich glaube, da müssen wir aufpassen. Manches, wie heute Planungsbeschleunigung oder so, steht auch ein bisschen in dem Zusammenhang, dass Diktatoren und Autokraten versuchen zu erzählen, dass parlamentarische Demokratien zu langsam und zu wenig handlungsfähig seien. Und wir müssen beides zusammenkriegen. Die Achtung von demokratischen Regeln und Menschenrechten einerseits und gleichzeitig einen handlungsfähigen Staat, der auch noch große Dinge hinbekommt und der durchsetzungsfähig ist, das müssen wir verbinden. Sie haben es dargestellt, am Anfang seiner Amtszeit hat Erdogan tatsächlich Erfolge verzeichnen können. Für viele ist er der Mann, der wirtschaftlichen Wohlstand und westliche Standards zum Beispiel im Gesundheitssystem ins Land geholt hat. Zum Schluss hat er aber sehr stark das Nationale betont und ist international auch gegenüber Verbündeten immer selbstbewusster aufgetreten. Das hat jetzt im ersten Wahlgang trotzdem gereicht, um eine Mehrheit zu holen. Und Sie haben auch angesprochen, dass es möglicherweise ein globaler Trend ja ist. Warum ist das so? Warum kann man mit dem Betonen des nationalen Erfolge erzielen? Ob es wirklich nur das Nationale ist, da wäre ich mir nicht sicher. Aber diese einfache Botschaft, dass man Dinge im Griff hat, dass das eigene Land irgendwie außenpolitisch von Bedeutung ist, dass man auch anderen diktieren kann, was sie zu tun haben oder man jedenfalls Einfluss nehmen kann und auch andere unter Druck setzen kann. Das ist ja etwas, was wir auch bei anderen beobachten können. Und insofern, deshalb finde ich das so wichtig, dass auch liberale Demokratien zeigen, dass sie solche Dinge wie wirtschaftlichen Wohlstand, wie sozialen Zusammenhalt oder auch funktionierende Infrastruktur, gute Bildung, wissenschaftliche Exzellenz, solche Dinge auch hinbekommen. Und ich glaube, da müssen wir im Moment auch mit den ganzen sicherheitspolitischen Herausforderungen wie dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine aufpassen, dass wir auch beides verbinden. Dass wir einerseits uns klar positionieren, was die Solidarität mit der Ukraine angeht und die Zusammenarbeit in EU und NATO einerseits. Und dass wir auch zeigen im eigenen Land, dass der Rechtsstaat funktioniert, dass die Menschen sich auf eine Infrastruktur verlassen können, dass wir sie auch modernisieren können. Deshalb habe ich so ein Thema wie Planungsbeschleunigung angesprochen. Also beides gehört zusammen, weil Autokraten, Diktatoren, die betreiben ja auch ihre Desinformationskampagnen. Und die wollen ja den Eindruck erwecken, dass in den Demokratien die Dinge nicht gut laufen, dass die parlamentarische Demokratie irgendwie dysfunktional sei, dass sie abgewirtschaftet habe. Das ist ja eine fatale Erzählung. Und auch der müssen wir entgegenwirken. Ich glaube, wir sollten das nicht zu sehr alles so vereinfachen. Also Stichwort Ukraine und dann die Einteilung in Autokratien versus Demokratien. Ich weiß, das macht man sehr gerne. Aber ich finde, das passt einfach nicht. Kein einziger Staat auf dem afrikanischen Kontinent unterstützt Waffenlieferungen oder Sanktionen, also Waffenlieferungen an die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass alle Staaten Afrikas jetzt Diktatoren oder Autokratien sind. Und genauso für Lateinamerika gilt das. Das ist da auch auf dem Kontinent so. Und in Asien ist es nur eine Ausnahme mit Japan und so. Also selbst Südkorea wendet die ja nicht an die Sanktionen. Also ich würde davor aufpassen. Bei der Türkei ist ein Punkt noch ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, warum es jetzt so gekommen ist. Sie haben das eigentlich erwähnt, nämlich die Nationalismuskarte. Und das ist ein langwieriger Prozess. Der Nationalismus in der Türkei war schon immer da. Und viele Linke sagen auch sogar, dass die sozialdemokratische Partei CHP von Kemal Kostarolo eine nationalistische Partei ist. Also Stichwort Armenien-Resolution bei Armenien, beim Völkermord an den Armeniern. Da hört der Spaß auf zum Beispiel bei den Sozialdemokraten. Da hört der Spaß eigentlich bei fast allen auf in der Türkei. Oder beispielsweise auch beim Thema Kurdenfrage. Und das wird halt dann immer politisch auch ausgeschlachtet. Und das war auch eines der wahlkampfdominierenden Themen, muss man sagen. Das haben die Rechten ganz gut hinbekommen in der Türkei. Erdogan und die AKP und auch die MHP, sein Koalitionspartner, haben ja das Oppositionsbündnis stark attackiert. Sie haben sich richtig stark in den Wahlkampf interveniert und stark attackiert. Als einmal jemand, ein Bündnis, was den Kurden Autonomie geben wird und mit der Terrorfrage sozusagen versucht zu verknüpfen. Der Fehler in dem Oppositionspartei war. Dass die rechte, ihr Parti, die nationalistische, eigentlich auch das zum Thema gemacht hat. Nicht die soziale Frage, sondern die Kurdenfrage, innere Sicherheit, Terrorismus. Und hat so in die Tasche von Erdogan gespielt, weil sie nicht stärker geworden sind, sondern die anderen sind stärker geworden. Und das andere war zum Beispiel auch, also das einmal diese Sicherheitspolitik Kurden und diese rechte Agenda quasi. Und dann war ein Fehler, meiner Meinung nach, vom Oppositionsbündnis zu denken, dass man mit rechtspopulistischen Thesen, Stichwort syrische Flüchtlinge, alle abschieben nach Syrien und so weiter, keine Hilfe mehr. Dass man dachte, da könnte man Punkte machen. Auch dort haben sie eben nicht die Punkte gemacht. In dem Zusammenhang, Frau Dallenen, Sie haben das schön beschrieben, das Betonen des Nationalen, das gehört zu der Türkei, auch zur Gründung, seit der Gründung im Prinzip dazu. Erdogan hatte ja auch deswegen Erfolg, weil er am Anfang seiner Amtszeit so anders dahergekommen ist. Er galt als ein Erneuerer in vielen Fragen. Wann hat er denn aus Ihrer Sicht diesen Weg des Erneuerns verlassen? Was war der Zeitpunkt, wo er eben nicht mehr als Erneuerer wahrgenommen werden konnte? Nun ja, das ist das Narrativ im Westen, aber ich widerspreche diesem Narrativ. Erdogan war von Anfang ein Moslembruder. Und er hat nie einen Held daraus gemacht, als er aus dem Knast kam, worum es ihm geht. Nämlich die Demokratie zu nutzen für seinen islamistischen Umbau. Er will einen islamistischen Unterdrückungsstaat. Das hat er in seiner Rede damals gesagt, dass die Demokratie nur ein Zug ist, auf den wir aufspringen, bis wir unser Ziel erreichen. Wegen dieser Rede ist er ja dann in Haft gekommen und war im Gefängnis. Und später ist er ja dann durch die Wahl sozusagen aus dem Gefängnis rausgekommen. Also das war eigentlich immer eine offene Agenda. Er hat nur mit dem Westen sehr gut kooperiert am Anfang. Auch dadurch, dass er den absoluten Ausverkauf eigentlich des eigenen Landes gemacht hat. Es gab ja die größte Privatisierungswelle in der Türkei. Gab es unter Erdogan als Ministerpräsidenten niemals zuvor eine solche Privatisierung gegeben in der Türkei. Und vor allen Dingen waren es westliche Investitionen, die da stattgefunden haben und die diese Privatisierung dort mitgemacht haben. Also das hat sehr gut funktioniert, aber als er vor allen Dingen angefangen hat, die geheime oder eigentlich bis dahin nicht vollzogene, aber doch die Agenda, die er immer hatte, nämlich den Umbau in einen islamistischen Staat, da hat es natürlich Risse bekommen. Das war der Ausgangspunkt meiner Meinung nach. Frau Teuteberg, ist das auch aus Ihrer Beobachtung immer von vornherein eine ganz in sich logische Agenda gewesen, die er da verfolgt hat? Oder hat der Kurs, den Erdogan genommen hat, vielleicht auch etwas mit dem Verhalten Europas des Westens gegenüber der Türkei zu tun? Es gab lange Zeit oder lange gab es Verhandlungen über eine Aufnahme in die EU. Da hätte man bestimmte Standards erfüllen müssen. Ohne die wäre es nicht gegangen. Also was ist da sozusagen der Anteil des Westens? Es ist immer natürlich leicht zu sagen, dass der Westen irgendwie auch schuld sei, weil niemand ist ohne Fehler, aber trotzdem sehe ich da nicht den Hauptanteil. Sicherlich müsste man sich früher ehrlich machen bei dem Thema Beitrittsstatus, dass ein Beitritt einfach nicht realistisch ist bei der mangelnden Rechtsstaatlichkeit und vielen Kriterien, die die Türkei nicht erfüllt und auch nicht zeigt, dass sie die erfüllen will. Aber tatsächlich sind die Dinge oft komplizierter und wegen der auch religiösen Agenda, wir sollten nicht naiv sein, auch für die deutsche Innenpolitik muss man daraus ja immer Schlussfolgerungen ziehen. Das ist eigentlich nicht so neu, aber wird immer wieder leider nicht genug beachtet, dass wir solche aus dem Ausland finanzierten Vereine und Institutionen wie DITIB, Miligörisch und so auch nicht auch Partner für Integration sind. Dass wir auch sehr genau aufpassen müssen, wer gestaltet Religionsunterricht, was wird hier auch gepredigt und eigentlich darauf dringen müssen, dass sich natürlich die Menschen, die ihre Religion ausüben, auch selbst finanzieren. Das sind ihre, zum Beispiel ihre Moscheen, so wie andere Religionsgemeinschaften auch. Aber es ist ein kompliziertes Thema, nur man sollte da nicht naiv sein. Wir müssen genau diese Einflüsse auch sehen und darauf achten, dass da nicht sozusagen die türkische Religionsbehörde und andere Institutionen hier solchen Einfluss nehmen auf den Unterricht und vieles andere. Aber die Dinge sind oft ein bisschen komplizierter. Das sind sie aber auch in den internationalen Beziehungen. Und wenn Frau Dadelin da über Afrika und andere spricht, natürlich, es haben schon die meisten in der internationalen Gemeinschaft klar Position bezogen, was den Krieg in der Ukraine angeht, den russischen Angriffskrieg. Erdogan hat da eine Doppelposition. Er hat den einerseits verurteilt, aber versucht ja auch gleichzeitig, vollzieht nicht die Sanktionen mit und einiges andere. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir diese Grundkonstellation haben. Und das sollten wir auch nicht wegreden. Das ist eine Auseinandersetzung zwischen Achtung vor Völkerrecht ist oder irgendeiner... Für die Sendung heute erlauben Sie mir, dass wir tatsächlich bei der Türkei bleiben. Frau Dadelin, ich würde gerne die Frage stellen, die Sie gerade auch so aufgeworfen haben oder auch dargelegt haben, die Deutsch-Türken, die wahlberechtigt waren, in der Türkei haben mit einer großen Mehrheit für Erdogan gestimmt. Warum ist das so? Man könnte ja jetzt glauben, man kann hier die ganzen Vorteile einer Demokratie sehen, einer liberalen Gesellschaft, dass man alles sagen darf, was man möchte, für alles sein darf, gegen alles sein darf. Und trotzdem haben wir ja das Gefühl, aus unserer Sicht, da wird jemand gewählt, der es eben nicht so sehr mit Liberalismus hält. Warum ist das so? Na, zunächst einmal ist das ja nichts typisch Türkisches. Wir haben in Deutschland auch Nazis, wir haben auch Rechte und rechte Parteien in den Parlamenten, die auch sehr viel Zuspruch bekommen, zunächst einmal. Also ich würde das immer versuchen, im Verhältnis zu sehen. Das Zweite ist, wie ich sagte, also Sie sagen zwar, das wollen wir bei der Türkei bleiben, aber das ist eben auch Türkei, zu sagen, Erdogan fährt einen Kurs beim Thema Ukraine-Krieg, der ihm im Land stabil hält. Er verurteilt zwar den Völkerrechts für den Angriffskrieg, aber sagt, ich liefere auch Waffen an die Ukraine, aber ich beteilige mich nicht an den Russland-Sanktionen. Russland ist letztes Jahr der größte Handelspartner noch vor Deutschland mit der Türkei geworden. Die haben die Energieimporte ganz oben. Das heißt, und es gibt eine Umfrage vom Jahreswechsel, 90 Prozent der Befragten sagen, die USA ist unser Feind, 72 Prozent sagen, wir wollen gute Beziehungen zu Russland. Und Experten gehen davon aus, dass bei der schwierigen wirtschaftlichen Lage, die die Türkei sowieso hat, wenn sie die Sanktionen auch noch gemacht hätten gegen Russland, wäre das der wirtschaftliche Ruin der Türkei. Und viele Wählerinnen und Wähler haben wahrgenommen, dass Khristadur und das Oppositionsbündnis wahrscheinlich die Russland-Sanktionen machen werden. Also das war ein Punkt, wo die Menschen gesagt haben, okay, das wollen wir vielleicht nicht. Das Zweite ist, weil sie gesagt haben, auch in Deutschland, in Ausland lebende oder in Deutschland lebende türkische Wählerinnen und Wähler. Sie wählen vor allen Dingen diese Parteien, weil sie mit einem Netzwerk hier verbunden sind. Ich sage es Ihnen, die arbeiten nicht von Wahl zu Wahl. Und auch wenn das sehr kompliziert ist, frage ich mich natürlich, wo ist die Bundesregierung? Nicht nur die alten, sondern auch die jetzige. Wir haben einen Bundestagsbeschluss von Ende 2020, dass die faschistischen Grauen Wölfe in Deutschland verboten werden sollen. Das war ein fast einstimmiger Beschluss des Bundestages. Und ich frage mich, warum macht das die Bundesregierung nicht, wenn sie genau weiß, das ist die größte rechtsextremistische Organisation in der Bundesrepublik Deutschland, die Andersdenkende und Oppositionelle gefährdet, sie bedroht und hier als Schergen des türkischen Präsidenten arbeitet. Und diese Moscheevereinigungen sind es, in denen die Menschen, die fromme Gläubige sind, die gehen dorthin zum Beten, zum Gottesdienst und bekommen dort einen Wahlkampf. Und wenn man das nicht unterbindet, wird das auch in Zukunft so weiterlaufen. Jetzt gehört Frau Teuteberg zwar einer Regierungspartei an, ist aber nicht Teil der Regierung. Deswegen würde ich fragen, wollen Sie darauf eingehen? Wahrscheinlich gibt es da gar keinen Dissens zwischen Ihnen beiden. Nein, das ist, dass wir auch gegen die grauen Wölfe vorgehen müssen. Darüber gibt es keinen Dissens. Aber die konkrete Frage, wann man ein Vereinsverbot verhängen kann und wie das läuft, das ist dann doch Sache der Innenministerin. Aber mir ist ganz wichtig tatsächlich, dass wir da nicht naiv sind und dass wir gegen extremistische Tendenzen vorgehen. Und zwar egal, welcher Herkunft diejenigen sind, die sie betreiben. Für die innere Sicherheit in Deutschland darf das keinen Unterschied machen. Auch Rechtsextremismus mit anderer Herkunft muss bekämpft werden. Ich würde auf einen Punkt gerne eingehen. Frau Dallin hat es erwähnt, das sind die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Türkei und zwischen Russland. Könnte sich ein neuer Präsident, Kilit Staroglu, das eigentlich erlauben, da eine andere Politik zu fahren, als Erdogan das gerade macht? Also könnte er sagen, ich mache mich da frei von den russischen Wirtschaftsbeziehungen, weil das war ja eindrücklich erklärt, das würde für die Türkei und für die Wirtschaft in der Türkei noch stärkere verheerrende Auswirkungen haben. Das wäre sicherlich auch sehr schwierig, auch für eine andere Regierung. Umso mehr sind wir gefordert, finde ich, so gut es irgend geht, als verlässlicher Partner da zusammenzuarbeiten. Weil es ist natürlich für verschiedene Länder, selbst in unserem Land ist es ja so, dass es durchaus wirtschaftliche Folgen zeitigt und nicht unumstritten ist. Aber es ist wichtig und ich stehe dazu, dass die Sanktionen notwendig und richtig sind. Aber gerade weil wir wissen, dass es auch für viele andere Länder noch viel schwerer zu tragen ist, wirtschaftlich zum Beispiel solche Sanktionen zu vollziehen, ist ja mit auch ein Grund bei einigen Ländern in Lateinamerika oder Afrika, weshalb sie sich so positionieren. Nicht der einzige vielleicht, aber einer. Umso mehr müssen wir auch verlässliche Angebote machen, wie man mit uns zusammenarbeiten kann, wirtschaftlich ebenso wie sicherheitspolitisch und zivilgesellschaftlich im wissenschaftlichen Bereich und viele mehr. Das ist nicht einfach, aber auch da müssen wir Zusammenarbeit suchen. Manche Dinge, es gibt ja so Zollabkommen und anderes, alles was wir tun können, auch was es unterhalb der EU-Mitgliedschaft gibt, wenn sich auch die Türkei da als zuverlässig erweist, zu suchen. Und daneben, das ist ja in der Strategie gegenüber Autokratien, wichtig ist eben, dass wir generell mehr Freihandel, mehr Zusammenarbeit mit allen, die auch demokratisch, rechtsstaatlich organisiert sind und diese Werte teilen, betreiben sollten in der Welt. Und die Wirtschaftsbeziehungen sind das eine. Das andere, wo man ja auch nicht unbedingt erwarten könnte, dass eine andere Regierung plötzlich so agiert, wie wir das vielleicht oder manche bei uns sich das wünschen, ist das Thema Migration und Flüchtlinge. Ich finde erstmal die Tatsache, dass die Türkei sehr viele Menschen aufgenommen hat, die muss man auch mal anerkennen und übrigens viele auch unter vernünftigen Bedingungen, unter vernünftigeren als in Griechenland zum Teil. Aber gleichzeitig gehört dazu, dass die Türkei auch durchaus ein Interesse hat, nicht dauerhaft Transitland in beliebigem Ausmaß zu sein. Und wir können so richtig übrigens zum damaligen Zeitpunkt durchaus das Abkommen in der Flüchtlingsfrage wahr. Das kann nicht unsere einzige Antwort auf dieses Thema sein. Und wir müssen selbst Konzepte haben, wie wir Migration steuern und ordnen in Deutschland und in Europa. Das kann nicht Aufgabe nur unserer Beziehung zu Erdogan sein. Wir würden uns da viel zu erpressbar und abhängig machen. Wir brauchen eigene Antworten und dazu gehört zum Beispiel ein wirksamer Außengrenzschutz. Frau Dallin, Sie hatten das gerade angesprochen, es ist vielleicht so eine Schwäche des Westens, dass man ins Ausland immer so blickt, wie man es ganz gerne hätte. Vielleicht gilt das ja auch für Kilis Darulu, der als großer Hoffnungsträger im Westen gilt. Wir haben gerade das Thema angesprochen, Aufnahme von Flüchtlingen in Syrien. Da hat gerade der Oppositionsführer Kilis Darulu aber angekündigt, dass er das auch nochmal auf den Prüfstand setzen will, das Flüchtlingsabkommen mit der EU. Also was erwarten Sie da von ihm? Kann er die Türkei, könnte er die Türkei näher an den Westen heranführen oder gibt es da neue Probleme? Zunächst einmal, es hat ihm ja nicht geholfen gerade, auch dass der Westen ihm so wohl gesonnen war, weil Erdogan und die Rechten haben das genau gegen ihn benutzt. Er haben ihn diffamiert, sie haben ihn diffamiert als 100% Joe Biden-Mann, also der Mann des US-Präsidenten Joe Biden. Damit haben sie ihn versucht zu verunglipfen und das hat ein bisschen auch verfangen bei vielen Wählerinnen und Wählern, weil sie dachten, naja, das ist der Kandidat des Westens. Gerade auch westliche Medien haben ihn ja auch schon quasi als gewählten Präsidenten gefeiert, was ihm eigentlich eher geschadet hat, muss man sagen. Und der Hintergrund ist folgendes, weil es ja auch in Deutschland wohlfeile Wahlaufrufe gab für Klistat Urlo, die auch in die Tasche von Erdogan wieder gespielt haben, also gerade die Grüne Partei beispielsweise. Das sind sehr wohlfeile Aufrufe, die aber nichts bringen, sondern eher schaden, weil wenn man die Geschichte der Republik Türkei bedenkt, ist es so, dass der Unabhängigkeitskampf eigentlich ja gegen die Besatzungsmächte geführt worden ist und man es auch nicht gerade mag, also eigentlich allergisch reagiert auf Rufe aus Europa, weil nach Ende des Osmanischen Reiches die Europäer es ja waren, die das Reich aufgeteilt haben. Da ist man wirklich sehr allergisch bis nach Anatolien und das ist ja die Hochburg von Erdogan. Die Küstenstädte ist klar, dass die in der Hand der Sozialdemokraten sind, aber wenn man eben nicht in diese Hochburgen einbrechen kann, kann man keine Wahl gewinnen. Und da ziehen diese Argumente, diese diffamierenden Argumente und insofern sage ich, wie gesagt, es wäre zu hoffen gewesen natürlich, dass mit ihm jemand gewinnt, der mehr Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, auch ein bisschen mehr Freiraum wieder schafft, auch für die jungen Menschen in der Türkei, die ja viele auswandern, weil sie keine Perspektive sehen für sich, aber die Karten sind halt ein bisschen anders gelegt. Und das hat aber auch mit Deutschland zu tun und mit dem Westen zu tun, weil man die Türkei ja eben bei wohlfeiler Kritik moralisch zwar verurteilt hat, aber faktisch tatsächlich immer unterstützt hat. Man hat die Türkei sowohl mit Waffenexporten unterstützt, bis heute liefert die Bundesregierung Waffen an die Türkei von Erdogan. Man hat ihn unterstützt mit wirtschaftlicher Hilfe, die Vorbeitrittshilfen laufen ja immer noch, auch aus Deutschland die Unterstützung findet immer noch statt. Und man hat ihn auch gewähren lassen mit seinen völkerrechtswidrigen Angriffen in seinen Nachbarländern Syrien und Irak. Es gab bis heute nicht eine Verurteilung dessen. Die Bundesregierung sagt auch nach Jahren beispielsweise beim Angriff auf das kurdische Avrin, dass ihnen immer noch die Hinweise fehlen, um eine abschließende Bewertung zu machen, ob das völkerrechtswidrig ist oder nicht, obwohl der wissenschaftliche Dienst oder der Bundestag das sagen. Ich will nur sagen, man hat ihn lange Zeit unterstützt und macht das auch. Und ich finde, wenn diese Wahl jetzt nicht eine Zäsur ist, um auch neu auszurichten die Türkei-Politik, dann weiß ich auch nicht mehr, worauf man eigentlich hier wartet. Frau Dallin, ich würde die Frage oder gerne einen Aspekt aufnehmen, den Sie gerade da gelegt haben. Und Sie fragen, Frau Teuteberg, wenn es so ist, dass jemand in der Türkei in einem Wahlkampf sozusagen dafür für die NATO wirbt und genau dafür abgestraft wird und das sozusagen ihm eher schadet, muss man dann nicht generell über einen Partner, über den NATO-Partner Türkei nachdenken? Sie meinen den Rückhalt der NATO in der Bevölkerung. Das ist sicherlich kein einfaches Thema. Aber die Türkei ist gleichwohl wichtig. Ich glaube, das machen sich alle nicht leicht, auch frühere Bundesregierungen nicht, dass sie bei aller Kompliziertheit der Beziehungen sehr wichtiger Partner ist. Das ist schwer genug. Und wenn wir mal ehrlich sind, gibt es ja leider, zum Glück nicht die Mehrheit, aber in Deutschland, die Linke zum Beispiel, fordert ja auch ständig NATO-Austritt und unterstützt nicht das Engagement Deutschlands in der NATO. Und insofern, ich freue mich, dass Schweden und Finnland beide erkannt haben, dass Neutralität eben keine Option ist, gerade weil sie erkannt haben, wie bedroht sie selbst auch sind durch Russland und in dieser neuen Situation, auch in der Systemauseinandersetzung zwischen Demokratien und auch aggressiven Autokratien. Und dass Erdogan das für Schweden blockiert hat, ist natürlich sehr bedauerlich. Gleichzeitig ist aber der Beitritt Finnlands auch schon ein großer Sicherheitsgewinn für die NATO und nützt auch Schweden. Wir werden damit umgehen können. Aber die Klarheit, auf welcher Seite man steht und dass man für das Völkerrecht und für gemeinsame Werte auch sich engagiert in der NATO, das ist wichtig. Und das ist, finde ich, in Deutschland auch eine Aufgabe, dafür immer wieder zu werben. Bevor wir uns ganz zum Schluss die Frage stellen werden, was Erdogan für ein Präsident sein wird, wenn er jetzt tatsächlich noch mal gewinnt, Frau Dahlian, habe ich noch mal eine Frage an Sie. Bitte Sie da um Ihre Einschätzung. Kemal Kildowlu ist Alevit und hat sich in einem sehr viel beachteten Video dazu auch bekannt. Das ist viral gegangen, das ist sehr gelobt worden. Aleviten haben es in der Türkei nicht leicht, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Es gibt viel abstruse Vorurteile gegen diese religiöse Gruppe. Manche Analysten haben jetzt im Nachhinein gesagt, dass das schlechtere Abschneiden der Opposition möglicherweise doch damit auch zusammenhängt, dass viele konservative Türken im Wahllokal dann doch nicht einen Aleviten wählen wollten. Wie schätzen Sie das ein? Ich habe das auch zur Kenntnis genommen, aber ich denke nicht, dass es ihm groß geschadet hat. Also ich denke nicht, dass das jetzt entscheidend war. Ich denke, dass viele andere... Es war ja auch nicht zum Beispiel das Thema. Erdogan und auch die MHP haben das ja auch nicht ausgeschlachtet, wovon eigentlich auszugehen gewesen wäre. Also ich habe eher befürchtet, dass das dann Thema sein wird. Krista Rolo hat immer eigentlich zwar kein Geheimnis daraus gemacht, aber hat das nie zum Thema gemacht in seiner politischen Laufbahn. Und das war das erste Mal, dass er das tatsächlich zum Thema gemacht hat. Die Gefahr war groß, dass die anderen das negativ gegen ihn ausschlachten werden. Das haben sie nicht gemacht, aber stattdessen haben sie was anderes gemacht. Und das hat eigentlich gezogen. Die Hagia Sophia zum Beispiel, ja. Dort hat Erdogan kurz vor den Wahlen, Tag vorher noch, gebetet, hat aus dem Koran zitiert und hat dort quasi Wahlkampf gemacht. Und dafür geworben, dass man ihm die Stimme gibt, weil die anderen quasi, ja wie hat er das bezeichnet, quasi die Gefahr darstellen, auch für diese Religion. Und das hat er gewirkt. Also dieser Kitt zwischen rechtsextremen und politischen Islam, also den Islam als ein politisches Kampfmittel zu benutzen. Das hat er sehr, sehr stark gemacht, stärker als je zuvor. Und das war ein Punkt für ihn. Meine Schlussfrage an Sie beide. Es sieht alles danach aus, auch wenn die Messe nicht gelesen ist, solange sie nicht zu Ende ist, dass Erdogan doch noch mal gewinnen wird. Wird er eher ein noch autoritärer Präsident sein oder wird er sich auf die EU und auf den Westen zu bewegen müssen? Frau Teutel-Werk, kurze Einschätzung. Ich glaube, das wird kein Entweder-Oder sein. Er hat das ja so ausgebaut, dass die Macht bei ihm liegt. Vielleicht nutzt er das sogar, um erst mal sozusagen sich vermeintlich großzügig und kooperativ zu zeigen. Aber das ändert nichts daran, dass er da auf sich das zugeschnitten hat und die Macht auch ausübt, so wie er das für richtig hält. Insofern denke ich, sollte man sich da keine falschen Hoffnungen machen. Wir sind aufgefordert, unsere eigenen Hausaufgaben zu machen, selber handlungsfähig zu sein, umso weniger sind wir erpressbar durch Menschen wie Erdogan. Ich denke, das würden Sie unterstreichen. Ja, ich meine zum größten Teil. Aber ich denke, dass es so oder so eigentlich die Rechtsextremen sein werden, wie in Israel, die jetzt die künftige Politik da mitbestimmen. Und da ist die große Gefahr, glaube ich, die nicht bei uns so viel gesehen wird, was für eine Rolle diese Rechtsextremen dort spielen und natürlich der politische Islam. Frau Dadelin, Frau Teutberg, vielen Dank für Ihr Kommen, für die Analyse dieser Wahl und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Bei Phoenix folgt jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns und bleiben Sie gesund. Tschüss.